Warum kann ich diese Bohnen nicht einfach von hinten schnappen? Guten Tag, meine Leute. Willkommen zurück zu Mario Lyschi Super Sassaga. Im letzten Bad haben wir einen Auftrag bekommen, um die... Obstbohnen zu bekommen, um... Damit die Yoshis Neoneier legen, um die Sterbohne zu bekommen. Fuck yeah, ne? Gut. Ich würde sagen, das werden wir dann mal machen. Bam. Okay. Na, dann schauen wir mal auf die... Ungefähr in dieser Gegend Obstbohnenkarte und gehen mal nach... Nach rechts. 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 So, okay, dann schauen wir mal, was hier so verdächtig ausschaut. Ah. Verpiss dich, ey. Was sind deine Leiden? But... Boah, bin ich schnell. Habe ich irgendwie Speed Shoes? Alter, was legt hier gerade so? Warum legt's? Naja. Okay, dann schauen wir mal, was ist denn hier so verdächtiges? Da oben? Nein. Irgendwas muss hier doch sein, ne? Wird ich da drüben? Nein. Ähm. Hallo? Karte, hilf mir aber auf die Sprünge. Hä? Noch eins rüber? Okay. Aber jetzt, oder? Komm schon, aber jetzt. Aber jetzt. Alter, Lucky 2. Ich hasse Lucky 2. Warum habe ich jetzt Hammer genommen? Ich bin dumm. Gut, jetzt kann ich Lucky 2 höchstpersönlich den Arsch verkloppen. Arschloch. Arschloch. 136. OP, Leute. Ich sag's euch, das ist OP. Beim. Gut, dann schauen wir jetzt mal. Ist das? Boah. Du, halt deine Obstbohne. Das ist geil. Gut, was sagt die Karte? Nochmal. Nochmal nach rechts. Wenn du meinst. Hm. Dö, dö, lädel, 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 lädel. Ne. What the hell? Ah, ich weiß, was man hier tun muss. Ah, da wachsen die Bäume. Okay. Was ist mit dem da oben? Aha. Naja. Also ich glaube, damit kann ich noch nichts tun. Schade. Naja. Naja. Dann gehen wir halt weiter nach rechts. Re-rechts. Lädel, 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 lädel. Okay. Wie kommen wir denn da nach oben, Skiddling-Gamer? Okay. Ich komm an dir vorbei, mein Freund. Ich bin geplättet, ungewöhnliches Paar. Ja, leck mich am Arsch. Okay, ich glaube, Luigi ist hier gerade mal allein an diesem Part, würde ich sagen. Naja. Okay, viel Glück, Luigi. Du schaffst das eh. Mal schauen. Ah, die liegt ein. Ach, nee. Eine Pyranie-Pflanze. Ja, der frisst hier einfach. Schau mal, geh, hättest ihm noch. Ey. Ey, kannst du wieder wieder gehen? Hm? 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 What the hinger shout? Go, Luigi! Mal schauen, what? Bleh. Sachetar- What the hell? What's this? What's this in his mouth? Aha. Hm? Bleh. Na, ich glaube, die Hand ist das Beste hier. Ja. Na, dann hände ich den mal zu Tode und, und. Bleh. Was habt ihr da? Oh, boom. Aua. Ja, jetzt spuckt er Feuer. Warum? Wieso können alle Pyranie-Pflanzen Feuer spucken? Bleh. 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 Okay, ich, wenn ich noch einen Hit nehme, dann heile ich mich, würde ich sagen, ja. Bleh. Und it's... Bleh. Irgendwie mag ich das Model von diesem Charakter, ich weiß nicht, äh. Er ist so so. Bleh. Bleh. Der schaut einfach irgendwie hip aus. Ich weiß nicht, wieso. Und das wär's. Piranha Blues. Naja. Ist jetzt egal. Bleh. Gimmel. Ey, da. Was ist das? Ach. Mamek. 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 Ich stehe mir noch weiter. Hey, Luigi. Du warst das, der mich aus diesem Patsch geholfen hat? Vielen Dank. Meine Güte, Luigi. Du bist ja riesig geworden. Ach so, hatte ich gar nicht gemerkt, dass ich gerade geworden bin. Sag mal, Luigi. Hast du dich irgendein Idee, wie ich wieder zu meiner eigenen Größe zurückfinde? Ne, du bist jetzt ein Mini. Oh. So, was kannst du? Das sag ich. Hose runter. Mamek. Will sagen, Hut ab. Oh Gott. Jetzt ist es offiziell. Mamek ist wohl. Gut, aber sei bitte ganz vorsichtig. Meine Hose wird so zerknittert. Wow. Jetzt, wo ich wieder normal bin, erstrahle ich meinen alten Glanz. Luigi, danke. Zum Dank für meine Rettung sollst du das hier haben. Das habe ich eben in der Piranha-Bide gefunden. Hier, für dich. Du weißt, deine Sterbsbohne, voll schwul. Und da ich wieder meine alte Gestalt habe, will ich mich nicht mehr verweilen. Die nächste Sterbohne wird mein sein. Grüße mir bitte auch, den Amigo mit der roten Mütze. Treffen wir uns wieder, wenn wir alle deine Sterbohne haben. Tschüss, Schwuchtel. Meine Güte, ist der schwul. Ähm, kann ich wieder zu Mario, bitte? Ich will zu Mario. Deswegen ist es nicht schwul. Mario? Hallo. Okay, was sagt die Karte über unsere nächste Obstbohne-Location? Gut. Also, ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir zu der nächsten Obstbohne-Location und schauen, ob wir den restlichen Sachen finden können. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.